Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Das Video, auf das du gerade geklickt hast, hat eine ganz besondere Geschichte. Das entstand nämlich genau in dem Tag, als in Deutschland der Lockdown wegen Corona eintrat. Und ich und viele andere auch vor der Frage standen, wie gehen wir eigentlich mit Krisen um? Und egal, ob du jetzt in so eine große nationale Riesenkrise denkst oder persönlich durch eine Krise gehst, glaube ich, stecken hier ein paar hilfreiche Tipps drin. Bin gespannt, wie du es findest. Ganz viel Segen und Kraft dir. Krisen bewältigen. Die gute Nachricht zuerst. Menschen können die erstaunlichsten Krisen bewältigen. Menschen können sich auf die unglaublichsten Situationen einstellen und in denen auch überleben. Ich spreche selber gar nicht so sehr als krisengeprägter Mensch, sondern als jemand, der seit vielen Jahren mit Menschen Kontakt hat, die durch extremste Krisen gegangen sind. Ich spreche von Leuten, die in einem Gulag waren und deren ganze Familie von den Kommunisten erschossen wurde, wie eine alte Frau, die ich kannte. Ich habe mit mehreren Leuten viel Zeit verbracht, die in Einzelhaft waren für ihren Glauben oder gefoltert wurden. Ich habe mit etlichen Leuten gesprochen, schon seit ich ein Kind war, die noch im Zweiten Weltkrieg waren. Meine Oma hat 42 Bombennächte überlebt in Wien. Und mich hat immer wieder die Frage fasziniert, was hilft Menschen, durch so unfassbar schlimme existenzielle Krisen zu gehen? Und ich glaube, wir können heute Abend ein Stück weit mehr lernen, besser drin zu werden, Krisen zu bewältigen. Denn der Punkt ist, was Menschen alles aushalten können, ist erstaunlich. Aber der eine reift dran und der andere zerbricht dran. Und die seelische Arbeit, eine Krise zu bewältigen und sich darauf einzustellen, ist nicht zu unterschätzen. Es geht nicht von alleine. Und deswegen möchte ich euch mit hineinnehmen, zum einen, wie Krisen funktionieren und dann auch, wie eine Lösung aussehen kann. Das Problem ist, wir sind heute Krisen kaum mehr gewohnt. Sagst du, hast du eine Ahnung, mir geht es ja so schlecht. Okay, wenn du noch nie eine Hungersnot erlebt hast, wenn bei dir nicht ein Großteil deiner Kinder unter drei Jahren schon gestorben sind, wenn du keine Ehefrau hattest, die an Kindbettfieber gestorben ist und du noch nie in den Krieg ziehen musstest, dann gehörst du zu einer absolut privilegierten Minderheit in der Menschheitsgeschichte. In der Menschheitsgeschichte war es die Norm, dass du innerhalb von ein paar Jahrzehnten ein paar schwere Hungersnöte erlebt hast, ein paar harte Winter, wo die Hälfte deiner Kinder gestorben ist. Also ich spreche über die Tausenden von Jahren, wo es Menschen schon gibt. Und wir, gerade die letzten Jahrzehnte in Europa, sind sowas von verwöhnt, von großen Krisen, dass wir Mühe damit haben, umzugehen. Denn wir leben in einer Zeit, in der wie nie zuvor wir drei Dinge haben. Das eine ist Komfort und es sind natürlich gute Sachen, es ist nichts Schlechtes. Das ist Komfort. Ist dir das bewusst, dass an einen Hahn zu drehen und warmes Wasser zu bekommen, das war der Traum von Tausenden von Jahren Menschheitsgeschichte. Das hatte vielleicht der römische Kaiser, der hatte Thermen, der hatte warmes Wasser, aber auch nicht immer sofort auf Knopfdruck. Wir haben warmes Wasser auf Knopfdruck, wir können in den Supermarkt gehen und können nicht nur so viel Brot kaufen, wie wir wollen, sondern 30 verschiedene Brotsorten kaufen oder 200 verschiedene Weinsorten kaufen. Das ist ein Level von Komfort, das menschheitsgeschichtlich unfassbar, unfassbar besonders ist. Auch das Level an Freiheit, das wir haben, an persönlicher Freiheit. Ich mache nur ein Beispiel, dass du für dich entscheiden kannst, ob du dort oder dorthin reisen möchtest, dort oder dort wohnen möchtest. Wer hatte das in der Steinzeit, zu sagen, ich will jetzt mal nach Afrika reisen? Wer hatte das im Mittelalter, zu sagen, ich lebe in Schwaben, würde aber gerne mal nach Spanien reisen? Das hast du vielleicht einmal im Leben gemacht, wenn du nach Santiago de Compostela gepilgert bist. Diese Freiheit, das zu tun, jenes zu tun, ist menschheitsgeschichtlich völlig ungewöhnlich. Und was menschheitsgeschichtlich völlig ungewöhnlich ist, ist das Level an Kontrolle, das wir haben oder meinen zu haben. Wir haben sehr viel Kontrolle über viele Lebensbereiche. Du kannst zum Beispiel klar entscheiden, möchtest du Kinder kriegen oder nicht? Und wenn ja, wann möchtest du sie kriegen? Möchtest du überhaupt heiraten oder nicht? All das war in früheren Zeiten überhaupt nicht selbstverständlich. Es ist eigentlich unvorstellbar, durch welche Krisen die Menschheit schon gegangen ist. Durch Sachen wie hier, das ist ein Foto von der großen irischen Hungersnot. Es gab Epidemien, es gab Zeiten von Pest, es gab Kriege, die einen Großteil der Bevölkerung getötet haben und wir sind, das möchte ich einfach mal so sagen, wir sind in der Moderne nicht mehr gewohnt, dass wir keine Götter sind. Also zumindest im Westen glauben wir tief drin immer noch, unsere Freiheit, unser Komfort und unsere Kontrolle sind unsere Sicherheit und sind unantastbar. Und es ist tatsächlich so, sobald irgendwas davon erschüttert wird, kriegen wir die Panik. Und wir erleben das auch jetzt zum Beispiel. Warte mal, Freiheit, das heißt, ich kann jetzt nicht einfach hingehen, wo ich will. Ich kann jetzt nicht einfach reisen, wohin ich will. Wie? Ich kann jetzt nicht einfach kaufen, was mir gerade schmeckt und was ich will. Wie? Ich habe jetzt nicht mehr die Kontrolle. Das ist, glaube ich, das, was uns am meisten Angst macht, der Kontrollverlust. Wir haben keine Ahnung, was in den nächsten paar Monaten passiert. Ich muss dir eine erschütternde Wahrheit sagen, diese Kontrolle hattest du sowieso noch nie in deinem Leben. Wir Menschen haben keine völlige Kontrolle und selbst unser Komfort, unser körperliches Wohlbefinden und unsere Freiheit ist jeden Moment, jeden Moment an einem so dünnen Faden. Das ist das Problem. Wir haben in der Moderne sehr stark unser Haus auf diese drei Dinge gebaut und reagieren absolut panisch, wenn die erschüttert werden. Und das ist auch panisch, das ist schlimm, wenn du eine Erschütterung erlebst und das Problem bei einer Krise ist, dass du erst mal in Schockstarre gehst. Man hat das erlebt, man hat das erforscht mit Mäusen, die hat man in einen Käfig gesperrt und hat denen Stromschläge gegeben. Also ein gemeinsames Experiment, aber man hat die über längere Zeit hinweg Stromschläge gegeben und dann hat man die Tür geöffnet und wollte sie rauslassen und die Mäuse waren aber unfähig, den Ort ihrer Qual zu verlassen. Die hingen fest in ihrem Ding. Und das ist die Gefahr, die eine Krise mit sich bringt, dass du einfach erstarrst und nichts mehr tust. Dass du sagst, wenn mir das erschüttert wird, wenn es hier ein Problem gibt, wenn Komfort wegfällt, wenn Freiheit wegfällt, wenn Kontrolle wegfällt, dein Tod stellt, Reflex, lieber tot sein oder einfach nur über mich ergehen lassen. Und das ist andererseits gefährlich für deine Psyche und andererseits bringst du dich dann um eine wesentliche Wachstumschance. Denn jede Krise birgt eine Wachstumschance. Deswegen möchte ich mit heute mit euch anschauen. Erstens, wir wollen verstehen, was Krisen überhaupt sind und was sie tun. Zweitens, jede Krise stellt die Sinnfrage. Wir müssen die Frage stellen nach Sinn. Das ist letztendlich eine philosophische Frage oder eine theologische Frage. Wie gehen wir mit dieser Tatsache um, dass so schreckliche Sachen so leicht passieren können? Und schließlich drittens, ganz einfach, was kannst du in einer akuten Krise tun, um zu überleben? Und welchen Lebensstil kannst du dir angewöhnen, damit du besser durch Krisen kommst? Ich gebe euch eine kurze Definition von einer Krise. Eine Krise ist nicht einfach nur, mein Kaninchen ist gestorben oder ein Monat ist finanziell nicht so gut gelaufen. Eine echte Krise hat damit zu tun, dass deine Grundannahmen über das Leben erschüttert wurden. Ich muss kurz ein bisschen erklären, was das bedeutet. Du kannst dir vorstellen, dass du dein Lebenshaus auf bestimmte Grundannahmen baust. Ohne das geht es einfach nicht. So ist dein Lebenshaus. Das ist eh fragil genug, unser Häuschen. Und wir bauen das. Und wir bauen das auf Annahmen wie, die Welt ist nicht komplett unsicher. Die Welt ist ein sicherer Ort. Weil wenn die Welt kein sicherer Ort ist, dann muss ich mich ständig verteidigen. Dann kann ich überhaupt nicht frei agieren. Eine Grundannahme ist, mir wird schon nichts passieren. Eine Grundannahme ist, den guten Menschen passiert nichts. Denn den Menschen passiert nur das immer, stößt das zu, was sie verdient haben. Irgendwie geht es gerecht zu in der Welt. Ich kann Menschen vertrauen. Meine Zukunft ist planbar. Ohne solche Grundannahmen können wir nicht leben. Die hängen auch damit zusammen, dass ich ein gewisses Maß von Komfort habe, ein gewisses Maß von Freiheit, ein gewisses Maß von Kontrolle. Und das Gemeine, was eine schlimme Krise ist, macht es, sie erschüttert dich in dieser Grundannahme. Egal welche Krise, das kann etwas Privates sein, wie dein Ehepartner betrügt dich oder verlässt dich. Du verlierst deinen Job. Es kann etwas Globales sein, wie ein Krieg bricht aus oder eine Seuche. Und auf einmal denkst du, wenn das nicht mehr sicher ist, was ist dann überhaupt noch sicher? Wo habe ich überhaupt noch Kontrolle? Und so eine Erschütterung in der Grundannahme ist etwas extrem Beängstigendes. Und gleichzeitig sehen wir, okay, jede von diesen Grundannahmen, wie die Welt ist sicher oder ich habe mein Leben in der Hand oder ich kann Menschen vertrauen. Wir sehen ja, dass diese Grundannahmen nicht hundertprozentig stimmen. Es sind keine wahren Aussagen. Es sind Ideen, die Kontakt mit der Realität nicht aushalten. Und deswegen ist jede Krise in der Erschütterung von diesen Grundsicherheiten oder diesen Grundannahmen immer auch eine Chance. Ein paar Eigenschaften jetzt mit euch. Möchtet ihr anschauen, was für jede Krise gilt, egal welcher Art sie ist. Und jede Krise ist ein, ich nenne es mal ein Reality Check. Etwas Neudeutsch. Reality Check bedeutet, eine Krise zeigt das, was da ist. Und wenn das, was da ist, stabil ist, dann zeigt die Krise, dass es stabil ist. Und wenn das, was da ist, nicht stabil ist, zeigt die Krise, dass es nicht stabil ist. Ja, jede Krise schaut erst mal, was ist wirklich da. Ich blätter gleich wieder zurück. Was ist wirklich da und ist es tragfähig? Gibt es überhaupt was Tragfähiges unter diesem Haus oder stürzt alles zusammen? Jede Krise ist ein Reality Check und nur die Krise bringt die Realität hervor. Es ist interessant, der Sigmund Freud, der große Begründer der modernen Psychoanalyse, der ist ganz stark davon ausgegangen, dass wir Menschen geprägt werden. Wir werden geprägt von unserer Kultur, auch von unseren Eltern, von unseren Trieben werden wir gesteuert. Und er hat einen interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, Menschen sind sehr unterschiedlich, aber je länger du sie hungern lässt, je größer dieser Schmerz des Hungers wird, desto mehr reagieren sie alle genau gleich. Die wollen einfach essen. Zudem hat einer seiner Schüler oder eine Generation später, Viktor Frankl, gesagt, Sigmund Freud war offensichtlich nie in einem Konzentrationslager. Viktor Frankl war es nämlich schon und er hat gesagt, nichts könnte unwahrer sein über den Menschen. Wenn Menschen das gleiche Level von Hunger und von Leiden erfahren, zeigt sich ihre Unterschiedlichkeit umso deutlicher. Und er hat gesagt, die einen werden zu Schweinen und die anderen werden zu Heiligen. Oder besser gesagt, die einen entpuppen sich als Schweine, die anderen entpuppen sich als Heilige. In uns ist übrigens immer beides, nur zur Info. Aber nur die Krise bringt es hervor, weil sie zeigt, was wirklich da ist. Und wir sehen ganz klar, es ist erschütternd zu merken, wow, dass wir schon mit den kleinsten Sachen, mein Flug wird gecancelt, ich muss meinen Urlaub verschieben oder ich kann jetzt nicht das kaufen, was ich will. Dass wir oder viele Menschen schon panisch reagieren, das ist erstmal einfach nur ein Reality-Check. Es ist erstmal einfach nur ein Hinweis auf das, was wirklich da ist. Und es ist offenkundig, dass deshalb jede Krise auch eine Chance birgt. Wir haben ja im Deutschen das wunderschöne Wort Enttäuschung. Ich bin so enttäuscht. Du hast mich so enttäuscht. Ich bin so enttäuscht von Gott. Ich bin von der Welt so enttäuscht. Und in dem Wort Enttäuschung steckt, dass da vorher eine Täuschung war. Dass vorher ein Gedankengebilde da war, das nicht der Realität standhalten konnte. Und das ist im Letzten die große Chance einer Krise, dein Leben zu überprüfen daraufhin, ob es tragfähig ist oder nicht. Und wenn du in einer Krise bist, ist es das Normalste von der Welt, dich zu beschweren, zu sagen, das ist so schlimm und warum kannte ich nicht und warum musste das passieren und das hätte ich nicht und sollte ich nicht und bin ich nicht schuld oder habe ich etwas falsch gemacht und warum ist das Universum so böse zu mir? Der Switch im Denken oder das Umschalten im Denken, wo könnte die Chance drin sein? Was ist das Lehrreiche drin? Ist ein ganz wichtiger. Ich bin erschüttert gewesen oder fasziniert, erstaunt. Ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll, über eine Studie, die ich gelesen habe, die amerikanische Kriegsgefangene in Vietnam nach ihrer Erfahrung in Kriegsgefangenschaft befragt hat. Und die Vietnamesen sind ja nicht so ganz nett umgegangen mit den amerikanischen Kriegsgefangenen. Um genau zu sagen, war das sehr brutal. Und die Studie zeigt, dass aber ein Großteil dieser Soldaten gesagt hat, im Rückblick war es für mich eine wichtige Erfahrung für meine persönliche Weiterentwicklung. Sie haben nicht gesagt, es war toll, aber sie haben im Rückblick gesagt, es war eine wichtige Erfahrung. Und ich möchte dir das einfach sagen. Jede Krise ist so. Wenn du mittendrin steckst, siehst du es nicht. Aber selbst wenn du mal überlegst, wenn du zurückdenkst in die Zeit, wo es dir mal richtig schlecht ging. Ja, vielleicht hattest du mal eine Phase, wo es dir richtig schlecht ging. Als du drin warst, hat es sich erbärmlich angefühlt. Im Rückblick würdest du sagen, da war auch eine Chance drin. Und ich habe auch was dadurch gelernt. Das ist übrigens ganz, 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 ganz interessant zu hören. Weißt du, dass die Menschen, die durch ganz wenige Krisen im Leben gegangen sind, bei Weitem nicht die glücklichsten sind? Sondern man hat herausgefunden, nur wenn Menschen ein gewisses Maß an Leid und an Rückschlägen im Leben erlebt haben, entwickeln sie Mechanismen, auf gesunde Weise mit dem Alltag fertig zu werden. Man hat herausgefunden, man hat untersucht, Menschen, die durch ganz wenig existenzielle Krisen gegangen sind, Menschen, die durch wahnsinnig viele gegangen sind und Menschen, die durch einige gegangen sind. Und man hat herausgefunden, Menschen, die durch einige existenzielle Krisen gegangen sind, hatten mehr Fähigkeit, mit weiteren Krisen umzugehen, waren allgemein leistungsfähiger im Alltag und hatten ein größeres Zufriedenheitsgefühl. Zufriedenheitsgefühl. Also hör auf, von einem Leben zu träumen, indem du von allem, was schiefläuft, bewahrt bleibst. Das heißt nicht, dass es ein besseres oder glücklicheres Leben sei und es heißt auch nicht, dass Gott so ein Leben unbedingt für dich will. Dazu kommen wir später. Eine unglaubliche, trostreiche Aussage in jeder Krise ist, jede Krise ist endlich. Nun, wenn du direkt drin bist, ist das vielleicht wie ein Hohn, weil du dir denkst, ich hänge jetzt da schon monatelang drin und es geht nicht weiter und es ist trotzdem die Wahrheit. Auch das hat man herausgefunden, dass Menschen, selbst solche, die durch so extreme Sachen gingen wie Einzelhaft, sie konnten sich dadurch ein Stück retten, dass sie gesagt haben, hey, das sind jetzt so und so viele Tage und ich werde darauf zurückblicken. Und ich möchte das zu dir sagen, auch jetzt in der aktuellen Situation, in der wir sind. Du und ich, wir werden darauf zurückblicken. Und wir werden sagen, ja, schwierige Zeit, diese Wochen, diese Tage, diese Monate, diese Jahre, was auch immer. Es war schwierig, aber wir sind durchgegangen. Die Menschheit ist durch unfassbar viele Krisen schon gegangen. Wir kommen da durch, du kommst da durch. Du wirst bei einem schönen Glas Bier oder bei einem Glas Prosecco irgendwo im Café sitzen mit einem Freund und Rückschau halten und sagen, einiges haben wir trotzdem in dieser wichtigen Zeit gelernt. Das ist die Wahrheit. Alles andere ist Panik. Alles andere macht es den größer, als es ist. Und wenn du sagst, aber vielleicht sterbe ich in dieser Krise. Ja, das kann sein, aber mit dem Tod ist es nicht vorbei. Auch das Leiden, das im Tod endet, ist endlich. Du stirbst nicht tausend Tode, sondern du stirbst einmal und das wirst du auch. Wir gehen auf ein Ende zu, aber von diesem Ende werden wir zurückschauen und werden sagen, es war alles wert. Es war alles recht und du brauchst diese Perspektive. Eine der wirklichen Gnaden jeder Krise, eine Krise fokussiert dich. Wenn du jetzt den Anruf bekommen würdest, dass deine Mutter im Sterben liegt, würdest du nicht überlegen, habe ich die passenden Schuhe an, sondern du würdest einfach nur schauen, wie komme ich da hin, wie kann ich sie anrufen. Diese Krise würde dich komplett fokussieren auf genau ein Problem. Und das ist das, was jede Krise tut. Und darin ist auch ein Segen. Wenn du hörst, dass dein Haus brennt, du wirst erstaunt sein, wie schnell du auf einmal laufen kannst. Eine Krise fokussiert dich auf deine Kräfte und du wirst in einer Krise Kräfte in dir entdecken, von denen du gar keine Ahnung hattest und an die du nicht rankämst, ohne dieser Krise selber. Das ist eine der schönen Sachen. Ich erlebe das auch, wenn Leute in existenzielle Krisen kommen. So vieles wird auf einmal unwichtig. So vieles wird unwichtig. Und das, was wirklich wichtig wird, kannst du mal überlegen, was ist im Angesicht einer existenziellen Not wirklich wichtig? Da bekommst du einen guten Fokus für das, was im Leben generell wichtig wird. Ein Letztes. Jede Krise ist eine besondere Zeit. Und ich nenne das, jede Krise ist Gottes Zeit. Das Problem ist ein bisschen, wenn alles gut läuft und wenn alles so in der Oberfläche dahin plätschert, dann lernen wir wenig und dann passiert auch wenig in unserem Herzen. In einer Krisenzeit kommt was zu einer Entscheidung. Tatsächlich ist das, was das griechische Wort Krisis bedeutet. Krinein, unterscheiden, ist eine Phase, wo sich was entscheidet. Und in der Bibel gibt es eine wunderbare oder mehrere wunderbare Geschichten, die in der Wüste spielen. Und die Wüste ist eine Krisenregion deshalb, weil wenn du da zu lange bleibst, stirbst du, verdurstest du. Es ist eine gefährliche Situation, ein gefährlicher Ort. Und für die Leute im Nahen Osten ist das allgegenwärtig. Wenn die ein paar Stunden hinausfahren in die Wüste, die wissen, es wird gefährlich. Es gibt etliche Geschichten im Alten Testament und auch im Neuen Testament, wo in der Wüste eine Versuchungssituation ist, wo die Frage ist, für was wirst du dich entscheiden? Und das ist einerseits eine gefährliche Situation, weil du wirklich falsch abbiegen kannst. Und es ist andererseits die Situation, wo Gott um unser Herz wirbt. Und deswegen ist jede Krise auch Gottes Zeit. Ich habe manchmal das Gefühl, wir wissen das im Rückblick, aber wenn wir mittendrin sind, wissen wir es nicht. Die Krisenzeiten sind nicht die schlechtesten Zeiten unseres Lebens. Die schlechten Zeiten sind die, die sich normal anfühlen, wo wir dahin plätschern, wo nichts Besonderes passiert. In Krisenzeiten entscheidet sich was, aber es sind nicht die schlechtesten Zeiten. Es sind Zeiten, wo wir an die Substanz kommen. Und deswegen behaupte ich, dass es die Zeiten sind, wo Gott an unserem Herzen arbeiten möchte. Tatsächlich gibt es ein Gleichnis, in dem Jesus von einem Haus spricht, das auf irgendetwas gebaut ist. Und es ist eine Krisensituation. Es kommt zu einer Krisensituation für dieses Haus. Und er sagt, der Regen, der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wetterten und stürmten gegen das Haus. Und es fiel nicht um, denn es war auf Felsen gegründet. Nur in einer Krise zeigt sich, auf was dein Haus gegründet ist. Und Gott wirbt danach, dein Grund zu sein. Und jetzt wird es natürlich interessant, ich mal hier mal einen Berg hin. Jesus sagt, dass er ein Haus auf einem Fels baut. Das Haus fällt nicht um. Das Problem ist, jetzt kannst du sagen, ja gut, heißt es, dass mir nie was passiert. Ja, Leute kommen ja auf die absurdesten Theorien. Ja, wenn ich an Gott glaube, dann werde ich nie krank. Dann kann mir nichts Böses was anhaben. Das ist eine der Annahmen, die leicht zu erschüttern ist. Gott würde doch nie wollen, dass mein Komfort, meine Freiheit und meine Kontrolle bedroht wird. Hm, naja, ich weiß es nicht. Was meint Jesus mit diesem Haus auf dem Fels? Meint er, es wird immer alles so laufen, wie du willst und wie es dir schmeckt? Ich glaube, an der Stelle müssen wir ein bisschen theologisch genauer hinschauen. Und erlaubt, dass ich jetzt eine philosophisch-theologische Ausführung mache. In der Krise stellen sich existenzielle Fragen. Ist das Leben gut? Sind die Menschen gut? Kann ich dem Leben trauen? Und die Antwort ist nein, nein und nein. Die Antwort ist, das Leben ist bei Weitem nicht nur gut. Du kannst bei Weitem den Menschen nicht immer trauen. Du hast bei Weitem nicht alles in der Hand. Also wo um alles in der Welt soll denn so ein Grund herkommen? Der Grund kann nicht sein. Gott tut immer, was ich will. Der Grund kann nicht sein. Guten Menschen passiert nichts Schlechtes. Das sind Ideen, die den Kontakt mit der Realität nicht überleben. Nicht dauerhaft. Da baust du auf Sand. Jesu Worte sind übrigens auch bedeutend realistischer. Nun, lass uns theologisch das aufarbeiten, was wir sagen können. Quer durch die Bibel und auch wenn du gar nicht in die Bibel glaubst, erschließt es sich aus dem, wie die Welt ist und wie die Schöpfung ist. Gott ist gut. Und Gott ist gut in jeder Hinsicht. Gott will das Gute und Gott will nur das Gute. Und nur weil er überhaupt wollte, dass es dich gibt, nur deshalb gibt es dich. Aber nicht alles, was in der Welt ist, ist okay. Es ist sehr wichtig zu verstehen. Manche Leute denken, alles, was passiert auf der Welt, sei Gottes Wille. Das ist nicht der Fall. Sonst müsste Jesus uns nicht beten lernen. Herr, dein Wille geschehe. Dann würde Jesus beten, Vater, dein Wille geschieht. Punkt. Nein, geschehe. Es gibt jede Menge Dinge in der Welt, die Gott nicht will. die Folge des Bösen waren, die nicht von Gott waren. Es ist sehr wichtig. Massenepidemien und vorzeitiger Tod ist nicht in Gottes guter Schöpfung vorgesehen gewesen. Jetzt sagst du, okay, aber warum lässt Gott das dann zu und wo hängt das zusammen? Darauf, dritter Punkt, manches verstehen wir nicht. Auch die Frage, wo genau lässt Gott Unheil zu und wo ist das Unheilstrafe oder haben wir Menschen das selber verursacht, ist es Gericht? Diese Fragen führen dich ins Nirgendwo. Es gibt eine Situation, wo Jesus einen heilt und die Jünger diskutieren, ja, ist der jetzt krank gewesen oder ist er blind geboren, weil seine Eltern gesündigt haben oder er. Und Jesus beantwortet die Frage gar nicht. Er beantwortet nicht die Frage, warum der taub geboren ist. Stumm geboren, eins von meinen, blind geboren. So, und Jesus sagt nur, die Kraft Gottes will sich hier zeigen. Das heißt, Jesus blickt auf das, was Gott in dieser Situation tun will und ich bitte dich, das Gleiche in der Krise auch zu tun. Komm raus aus der Frage, ein guter Gott wirklich und legt es vielleicht an dem und dem. Stell die Frage, Gott, was willst du jetzt tun? Denn es gibt Dinge, die wir nicht verstehen, aber eine Sache ist definitiv wahr, die wir verstehen. Gott ist gut, all seine Absichten sind gut, Gott will das Gute und er will das tatsächlich Gute für dich. Er übersieht dich nicht, er kennt dich, auch da, wo du ihn nicht verstehst. Wir verstehen ja schon unsere irdischen Eltern oft nicht. Ja, das vierjährige Kind hat schon eine Tafel Schokolade gegessen und will noch eine Tafel Schokolade und der Vater sagt, du kriegst keins und der Vater sagt, du bist aber böse, du bist gemein. Nein, der Vater ist nicht gemein, er sieht nur mehr, er sieht Dinge, die das kleine Kind noch nicht versteht. Aber es ist wichtig, Gott schickt kein Leid. Wir sehen im Neuen Testament eindeutig, wie Jesus agiert. Jesus schließt uns auf, wie der Charakter des Vaters ist. Und ja, wir lesen im Alten Testament und auch in der Offenbarung des Johannes, wie das Böse in der Welt Überhand hat und deswegen auch böse Sachen passieren. Aber nicht, weil Gott das Böse will, sondern, und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, sondern Gott verwendet das Böse zum Guten. Jetzt, woher kommt das Böse? Das Böse kommt dadurch, dass Menschen Böses tun und auf eine geheimnisvolle Weise glauben wir Christen sogar, dass auch das Böse in der Natur, das Böse in der ganzen Schöpfung verwoben ist mit dem, was die Bibel Sünde nennt. Was nennt die Bibel Sünde? Sünde im Deutschen kommt von ab, sondern einem Entkoppeltsein von Gott. Gott ist der gute Schöpfer der Welt. Das heißt aber, die Welt funktioniert nur in enger Verbindung mit Gott. Und de facto lebt die Welt, leben die Menschen nicht in enger Verbindung mit Gott und deswegen funktioniert das ganze System nicht mehr. Sagst du, was hat denn das, dass das Ich-Sündige damit zu tun, dass da ein Erdbeben ist oder dass da irgendwelche Viren sind? Das kann ich dir auch nicht erklären. Ich kann dir nur sagen, dass unsere Meinung, dass wir Menschen komplett entkoppelt sein, vom Kosmos um uns rum, das ist eine moderne und ein bisschen eigenartige Theorie. Nochmal, wir gehen davon aus, dass das nichts miteinander zu tun hat. Alle alten Religionen, wenn ich es richtig sehe und sogar manche alternative Ansätze in der Physik und ganz definitiv die Bibel, denken Mensch, Kosmos, Natur nicht als so völlig abgetrennt, sondern dass es Verbindungen gibt. Ich glaube, es ist bedeutend, intuitiv wahrere Bild zu glauben, dass wir als Teil dieses Kosmos, als bewusster, frei agierender Teil dieses Kosmos definitiv Auswirkungen haben auf das, was in der Natur passiert, auf welch geheimnisvolle Weise auch immer. Damit sage ich nicht, weiß ich nicht, der Virus oder das Erdbeben ist die Sünde von dem und dem. Quatsch, da kommst du vom Hundertsten ins Tausendste. Ich sage nur, Gott ist nicht derjenige, der Tod, Leiden, Erschaffen und entwickelt hat, sondern Gottes Plan ist es und das ist ganz wunderbar, er verwendet Böses zum Guten. Das heißt, es gibt in dieser Zeit, in der wir leben, noch viel Böses. Gott könnte das mit einem kleinen Streich wegwischen, aber er tut es nicht und es ist wichtig zu verstehen, warum er es nicht tut. Es gibt eine ganz anrührende Geschichte im Alten Testament, das ist die Geschichte vom Josef. Der Josef war der Lieblingssohn seines Vaters Jakob und die ganzen anderen Söhne haben gesagt, was für ein arroganter, eingebildeter Schnösel und haben ihm das Leben zur Hölle gemacht. Dann haben sie ihn in die Zisterne geworfen, dann haben sie ihn in die Sklaverei verkauft, in der Sklaverei kam er ins Gefängnis, weil eine Frau ihn zu Unrecht beschuldigt hat, dass er sie vergewaltigen wollte, alles nur Quatsch. Er ist Sklave und im Knast und das richtig lange und dann am Schluss aufgrund verschiedener Ereignisse kommt er an den Königshof des Pharao und wird zweiter Mann neben dem Pharao und am Schluss kommen seine Brüder ganz zerknirscht nach vielen Jahren und sagen, es tut uns so leid, was wir getan haben und die Antwort von Josef ist erstaunlich. Josef sagt, ihr hattet Böses gegen mich im Sinn gehabt, Gott aber hatte dabei Gutes im Sinn, um zu erreichen, was heute geschieht, viel Volk am Leben zu erhalten. Ich würde wünschen, dass du dir diese Bibelstelle von heute Abend mitnimmst und merkst. Ihr hattet Böses im Sinn, Gott hatte aber darin Gutes im Sinn. Heißt das, dass das Böse jetzt gut geworden ist? Nein, das war böse. Die heißt nicht, ja und die waren auch Werkzeuge Gottes, weil Gott hat das auch hervorgebracht, dass du in Sklaverei warst. Nein, das war Sünde, das war falsch, das ist schlimm, das ist schlecht. All die Missbrauchsfälle in der ganzen Welt, die Kriege, die schrecklichen Sachen, die es gibt, sind böse. Und ja, Plagen sind böse. Vorzeitiger Tod ist böse. Das ist nicht, ja ist alles Ying und Yang, gehört alles irgendwie zusammen. Nein, es ist böse, es zerstört Menschenleben. Aber Gott in seiner Güte kann selbst das Böse verwenden, um was Gutes hervorzubringen. Und das ist der Blick, den er auf dich hat. So wichtig. Wir brauchen eine Theologie, die festhält, dass Gott gut ist, aber die vor dem Leiden nicht verstummt. Es gibt so viel naive Theologie. Gott ist gut und deswegen geht es uns immer gut. Nee, Gott ist gut, aber die Welt ist eben nicht gut. Und es gibt Sachen, die einfach, die wir nicht verstehen. Es gibt das Kreuz, es gibt entsetzliches Leiden und wir sind einfach eine bequeme und fett gewordene Generation, die wenig Verständnis davon hat, von den krassen Brüchen, die es im Leben gibt. Dass es gerechte und gute Menschen gibt, die leiden, während der Ungerechte sich laben kann an fetten Speisen. Das wird in den Psalmen schon beschrieben übrigens. Es gibt solche Sachen, aber es ist wichtig zu wissen, Gott ist nicht der Verursacher von Leid, sondern er ist derjenige, der das Leiden und das Böse verwendet zum Guten. Aber er verwendet es zum Guten, nicht einfach nur im Sinne, dir das zu geben, was du gerne hättest, sondern, wie war das beim Josef? Der Josef war irgendwo unten im jüdischen Land, damals hieß es noch nicht so, aber er hat gedacht, ich bin der Lieblingssohn von meinem Vater Jakob. Toll, ich werde irgendwann mal der Stammvater werden und stattdessen wird er in die Sklaverei verkauft. Das ist ja schrecklich. Warum? Weißt du warum? Weil Gott für den Josef einen Plan hatte, der viel, 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 viel größer war, als was Josef dachte. Der Josef wusste nicht, größer, der Josef wusste bestimmt nicht mal, wie prächtig das Königshaus in Ägypten war beim Pharao. Josef, für den war schon toll, der Lieblingssohn von Jakob zu sein, aber Gott hatte eine Vision von ihm, die bedeutend größer war und weil Gott diese Vision hatte, hat er ihn nicht beschützt vor dem, was seine Brüder ihm antaten. Jetzt ist es ein bisschen schwer zu verstehen, weil wir denken, wenn Gott gut ist zu mir, muss er mich doch vor allem Bösen bewahren und es ist eben nicht so. Vor allem Bösen bewahrt zu werden, bedeutet, dass du klein und unmündig bleibst und unter deinem Potenzial bleibst und es trifft auf dich als Einzelperson zu, es trifft auf die Menschheit und auf die Kirche Jesu Christi zu. Gott bewahrt uns nicht vor allem Bösen, sondern er hat eine größere Vision für uns als unser persönliches Wohlergehen. Er hat eine größere Vision dafür, als dass du Komfort, Freiheit und Kontrolle hast. Er ist gut, aber seine Vision für ihn ist bedeutend, für dich ist bedeutend größer. Also, Gott hat Größeres im Sinne als du und deswegen kannst du nicht beurteilen, ob das, was er tut, gerecht ist oder nicht. Der Dreijährige versteht noch nicht, wow, wenn ich jetzt zwei Tafeln Schokolade isst, dann fahre mir irgendwann die Zähne aus. Der sieht nur, ich will Schokolade. Der Vater sagt, ich würde dir gerne Schokolade geben, aber ich habe noch größere Visionen für dich, nämlich, dass du irgendwann noch Zähne hast, dass du nicht irgendwann komplett ungesund dich ernährst. Das versteht das Kind aber noch nicht. Gott ist gut, aber er hat Größeres für dich im Sinn, als nur, dass du all deine Wünsche bekommst. Leute, ich kenne Menschen, die verzweifeln an Gott, weil sie mit einem bestimmten Alter noch nicht den Partner ihres Lebens gefunden haben. Ich kenne Menschen, die verzweifeln an Gott, weil sie aus ein oder zwei christlichen Gemeinden rausgeschmissen wurden oder weil die Christen alle auch so böse waren und an solchen Sachen. Und ich verstehe das und das ist schmerzhaft und das ist schlimm. Und ich muss gar nicht reden, ich bin doch überhaupt noch nicht viel Leid gegangen. Aber ich habe Menschen gesehen, die durch so extremes und tiefes Leid gegangen sind und so aufrecht und so aufrichtig und so stark aus dem hervorgegangen sind, weil sie eine Perspektive hatten, die bedeutend größer war, als dass es mir jetzt die nächsten Wochen, die nächsten Monate einfach nur gut geht. Und wir brauchen diese Perspektive. Alles andere wird nicht standhalten. Dafür liebt Gott dich zu sehr, denn er möchte mehr, als nur, dass es dir gut geht. Das ist auch eine interessante Aussage in der Apostelgeschichte. Da lesen wir, dass die Urgemeinde nach einer Zeit, wo es wunderbar lief, auf einmal Verfolgung hatte. Kann man auch sagen, was heißt denn Verfolgung? Hat Jesus nicht verheißen, dass er uns beschützt, dass er bei uns ist? Stattdessen ist es Verfolgung. Der Jakobus wird umgebracht. Dann entsteht eine Verfolgung. Und dann steht ein paar Verse weiter. Aufgrund der Verfolgung wurden die Jünger zerstreut in der ganzen Gegend und überall, wo sie hinkamen, haben die neue Gemeinden gegründet. Das war einer der Gründe, warum das Evangelium nicht stecken geblieben ist in Jerusalem, sondern hinausgetragen wurde. Gott hatte was Größeres im Sinn als das, was wir uns manchmal einbilden. Und deswegen ist es so entscheidend, ist wichtig, ob du aus dieser Realität lebst oder aus einer kleineren. Denn was du bekennst, ermächtigst du. Was wir bekennen, das ermächtigen wir. Also ich habe gesagt, Gott ist gut, aber nicht alles verstehen wir. Ich drehe das Bild ein bisschen um. Hier ist es ein Fundament und hier ist es eine Realität, aus der du lebst. Das bist jetzt mal du hier. Menschlein. Das sind deine Gedanken und deine Gedanken sind wichtig, weil das, was du bekennst, das bedeutet, das, was du aussprichst, das, was du bewusst und deine Gedanken hinein nimmst, das wird dein Herz erfüllen und das wird dich prägen. Deswegen ist es wichtig, was du bekennst. Allein das Bekenntnis, Gott ist gut, auch wenn ich es nicht verstehe, er meint es gut mit mir. Seine Absichten sind gut, seine Pläne sind gut. Es macht voll. Es ist nicht nur, dass du sagst, stimmt, Gott ist wirklich gut, sondern indem du es bekennst, ziehst du es in die sichtbare Welt hinab. Das, ihr Lieben, nennt man Glauben. Glauben bedeutet nicht, sich die Welt anzuschauen und zu der Erkenntnis zu kommen, dass alles wunderbar läuft, sondern Glauben ist, sich zu weigern, nur auf der horizontalen Ebene zu sehen. Und ich sage dir was, das ist umkämpft. Jeden Tag neu, auch in diesen Tagen jetzt, es ist umkämpft. Die Frage ist, ist Gott wirklich gut oder nicht? Das war der erste Kampf, den die Menschen auszufechten hatten. Im Garten Eden kommt der Teufel zur Eva und sagt, wenn Gott wirklich gut ist, dann sagt es ein bisschen anders. Er sagt, es stimmt nicht, dass du stirbst, wenn du von diesem Apfel isst oder von dieser Frucht isst. Gott weiß viel mehr. Das wäre das Beste, diese Frucht wäre das Beste. Gott meint es nicht wirklich gut. Und deswegen gibt es einen Kampf um deine Gedanken. Und du musst wissen, der Kampf, den der Feind ficht gegen dich, ist immer jener, dass du aufhörst zu glauben, dass Gott gut ist. Das ist die Hauptmasche. Er versucht dir einzureden, Gott ist nicht gut. Und das Blöde ist, er hat ganz gute Argumente, weil die Welt ist nicht gut. Die Welt ist nicht immer gut. Und dein Feind ist trickreich. Das ist unglaublich. Jesus ist in der Wüste. Jesus ist in der Krise. Jesus war übrigens zweimal in seinem Leben wirklich in der Krise, was wir zumindest wissen. Das ist im Garten Eden, im Garten Gethsemane und in der Wüste. Und da tritt der Versucher an ihn ran und unglaublich trickreich. Er sagt zu ihm, wenn du der Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab vom Tempel, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit nicht etwa dein Fuß an einen Stein stößt. Weißt du, was krass ist? Der Versucher zitiert die Bibel korrekt. Das steht da wirklich. Und er verwendet aber die Bibel, er verwendet Theologie, er verwendet Denken, um Jesus an einen Punkt zu bringen, wo er Gott nicht mehr vertraut. Weil Gott hat zu Jesus nicht gesagt, tu das, sondern er verwendet das außerhalb des Kontexts. Und es ist sehr, sehr, sehr wichtig. An Gott zu glauben, heißt nicht einfach naiv irgendeinen Schwachsinn zu machen, zu sagen, Gott wird mich schon beschützen, wie es jetzt gibt. Christen lieben oft Verschwörungstheorien. Ja, mir wird nichts passieren. Ich kann doch einfach, weil hier steht doch. Genau das sagt der Versucher auch und es ist außerhalb des klaren Mandates und der klaren Befugnis Gottes. Das hat nichts mit Glauben zu tun, sondern Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Das heißt Jesus, es geht nicht darum, einfach nur aus einem höheren Prinzip zu leben, sondern es geht um was Tieferes. Es geht um ein Akt des Vertrauens. Ist der Vater wirklich gut und bleibe ich in dem, was er gesagt hat oder mache ich das draus, was ich mir einbilde? Ein Letztes. Du musst es wissen, der Kampf um Gedanken ist ein realer. Wir meinen immer, Gedanken sind nicht nur Gedanken. Das, womit du deine Gedanken ernährst, wird Realität. Und man könnte sagen, durch Gedanken öffnest du dich für Spirits. Du öffnest dich für geistliche Realitäten, die deine Gefühle und deine Reaktionen einnebeln und blockieren. Und Angst, ihr Lieben, ist nicht neutral. Es gibt eine normale Angst, die jeder von uns hat. Es gibt das ganz Normale, wo wir auch mal Angst haben, aber dann hast du auch Verantwortung. Ich kann es ein bisschen so hinmalen. Ich sage mal, das bist du. Und dann gibt es aber noch ein kleines du. Das bist du auch und der ist ganz traurig. Der hat Angst. Und manchmal sind wir der auch. Manchmal, vielleicht wachst du in der Nacht auf und du fühlst dich total traurig und einsam und denkst, boah, gerade war ich noch so glaubensvoll und jetzt bin ich so elend. Weißt du, ich kenne das auch. Ich glaube, jeder Mensch kennt das. Wir haben beides. Manchmal sind wir ganz eingeschüchtert. Und das Tolle ist, Gott sagt nicht, jetzt tu mal so, als wärst du immer der Held. Sei doch mal immer der Glaubensheld. Nein, der Herr liebt auch den, der eingeschüchtert und verängstigt ist. Aber du, sozusagen der glaubensvolle und der starke Anteil in dir, der darf den mit reinnehmen und sagen, hey, weißt du was, wenn du gerade Panik hast, ich verstehe deine Panik, aber wir glauben nicht alles, was du sagst. Weißt du, wenn ein Kind zu mir kommt, wenn dein Kind zu dir kommt, und sagst, alle in der Schule sind böse zu mir, dann braucht es Verständnis und gleichzeitig heißt es nicht, dass das, was es sagt, stimmt. Wenn ein Kind weint, keiner mag mich und du magst mir auch nicht, alles ist böse, alles ist gemein. Ich verstehe, wie du gerade fühlst, aber ich glaube nicht alles, was du sagst. Bei dir selbst auch, wenn es in dir gerade tobt, darfst du nicht alles glauben, was du denkst, sondern du darfst diesen erwachsenen Anteil in dir, diesen stärkeren, glaubensvollen Anteil in dir aktivieren, zu sagen, schau, das stimmt auch, manchmal habe ich richtig Angst und kann das Größere nicht mehr sehen, aber ich übernehme Verantwortung für dich, ich übernehme, ich aktiviere diesen Anteil und wir blicken wieder auf das Größere. Das brauchst du, sonst bist du wie von den Wellen hin und her geworfen. Eine Stufe tiefer. Ich habe behauptet, dass in jeder Krise eine Chance ist und dass Gott im Letzten sogar möchte, dass wir tiefer an diesen Punkt rankommen. Ganz interessante Geschichte, auf die ich heute hingewiesen wurde. Im Buch Jesaja gibt es eine Bußbewegung unter dem Volk Gottes. Also das Volk Gottes sagt, komm, wir beten jetzt, wir fasten jetzt, wir kehren um zu Gott. Dann können wir sagen, super, die haben eine Krise, jetzt kehren sie um zu Gott. Was könnten sie denn Besseres tun? Aber Gott findet es offensichtlich nicht ausreichend. Gott sagt zwar, befragen sie mich Tag für Tag und es gefällt ihnen, meine Wege zu kennen. Wie eine Nation, die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat, fordern sie von mir gerechte Entscheidungen und haben Gefallen daran, Gott zu nahen. Und dann sagt Gott, aber weißt du was? Selbst eure religiöse Praxis ihr fastet und ihr betet, ihr sagt, jetzt geht es uns schlecht, jetzt muss Gott uns schnell helfen. Er sagt, Gott, das ist nur eine Theorie, das ist nicht echt. Jede Krise bringt zum Vorschein, was wirklich da ist. Und ja, Gott sagt dann, das Fasten, wie ihr jetzt fastet, das stimmt überhaupt nicht zusammen mit dem, wie ihr sonst lebt. Mit dem, wie ihr mit Leuten umgeht, wie ihr mit den Armen, mit den Schwachen umgeht, wie ihr euer Herz haltet. Und man merkt so richtig in diesem Kapitel, ich hatte gar nicht so viel Zeit, noch tiefer reinzugehen, du merkst richtig tiefer, dass Gott drum wirbt, zu sagen, bleib nicht stehen bei deiner oberflächlich religiösen Theorie, sondern komm mit mir auf die Herzensebene. Weißt du, es gibt leider so einen Riesenunterschied zwischen der theologischen Kopf-Ebene, wo wir glauben, ja, Gott erfüllt mir meine Wünsche und eine Ebene tiefer. Und Gott sagt aber nicht so, du glaubst gar nicht richtig, du bist falsch, sondern mit unglaublicher Zärtlichkeit, sagt er am Ende dieses Kapitels, als Verheißung, wenn wir wirklich umkehren zu ihm und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orte der Dürre. Er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken, dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Schaut, in der ganzen Bibel gibt es oft den Ausdruck, dass das Volk Gottes umkehrt zum Herrn und dass eine Krise kommt und Gott wünscht, dass das Volk umkehrt. Jetzt, du musst dir das vorstellen, du bist in einem Zug und du fährst in die falsche Richtung und auf einmal kommt der Zug zum Stillstand und du sagst, aber Gott, das ist so gemein. Ich hätte gedacht, du bist mit uns. Ich hätte gedacht, mit dir geht es immer voran. Jetzt geht es auf einmal nicht voran. Wir landen in der Sackgasse. Ja, wenn du in der falschen Richtung unterwegs bist, ist es Gnade Gottes, wenn er sich dir in den Weg stellt, damit du umkehrst. In jeder Krise ist eine Gnade und eine Gnade auf einer tieferen Herzensebene zu Gott zu finden und das Doofe ist, ob das eine Theorie ist für dich, ob das eine Theorie ist für mich oder Praxis, das erfahren wir auch nur in Krisen und wir erfahren es auf immer tiefere Weise, Krise um Krise, Erschütterung um Erschütterung. Aber Gott, er lässt es nicht zu, dass wir einfach um uns zu quälen, sondern er sehnt sich danach, auf diese Ebene mit uns zu kommen. Schau, was ist denn, wenn dir alles wegbricht? Oder anders gefragt, wenn was wegbrechen würde, wäre es für dich das Schlimmste. Wenn ich mir vorstellen würde, wenn ich nicht einfach mehr den Komfort habe, den ich habe, oder wenn ich meine Freiheit verlieren würde, wenn du eingesperrt wärst, wenn du die Kontrolle verlieren würdest, wenn du nicht mehr wüsstest, wie es weitergeht in deinem Leben. Das wäre schrecklich, oder? Ich finde das alles sehr schrecklich. Aber die Wahrheit ist, all das ist erschütterbar. Jederzeit, jederzeit, jederzeit. Du bist einen Telefonanruf entfernt von der Nachricht. Ich würde keine Angst machen, aber es ist Realität. Du bist einen Telefonanruf entfernt von der Nachricht, dass ein dir enger Mensch gestorben ist. Oder du eine Diagnose hast, dass du bald stirbst oder dass irgendwas anderes Schreckliches passiert. Es gibt auf dieser Ebene keine Sicherheit. Und Gott wirbt zärtlich um unser Herz und sagt, ich wäre gerne deine Sicherheit. Ich würde gerne dich bergen, im Schatten meiner Flügel und Gemeinschaft mit dir haben, weil das ist das Einzige, was dir Sicherheit auf tiefster Herzensebene geben kann. Weil das, wovor du am meisten Angst hast, dass du es verlieren könntest, ja, das ist halt dein, ja, es ist dein Gott eigentlich. Das ist dein Halt. Und unser menschliches Herz ist halt so. Wir hängen uns an irgendwas und dann bringt Gott Erschütterungen, um das Wahre zum Vorschein zu bringen. Wir lesen das im Hebräerbrief. Aber das noch einmal deutet auf die Verwandlung der Dinge hin, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Hier wird gesagt, was Erschütterliches wird erschüttert, aber nicht, dass Gott sich dann an unserem Unheil freuen kann und sagt, ha, 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 jetzt bleibt dir nichts mehr außer mir. Überhaupt nicht. Sondern damit tiefer was Unerschütterliches bleibt. Und es heißt sogar, wir werden ein unerschütterliches Reich erben. Das heißt, andererseits bist du verwurzelt und gegründet in was, was unerschütterlich ist. Und gleichzeitig ist es ein Reich, zu dem du Zugang bekommst. Und ehrlich gesagt, es ist schwer zu überlesen. Die ganze Bibel ist voll mit diesen Verheißungen, dass Leiden, dass Krisen sogar notwendig sind, um uns dahin zu bringen. Paulus sagt in Römer 5, wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Paulus ist durch sehr krasse Sachen gegangen, Schiffbruch erlitten, gefoltert worden, war oft im Gefängnis, musste immer wieder fliehen und er sagt, unser Ausharren, Hypomeunä im Griechischen, Ausharren bewirkt Bewährung. Das Wort Ausharren kommt im Neuen Testament ganz oft vor. Wir finden das heute, ich weiß nicht, ich finde das Konzept gar nicht so attraktiv, zu sagen, wir brauchen Ausharren. Ausharren bedeutet, die Situation ist echt zum Kotzen und du läufst nicht weg. Das Ausharren. Und Paulus sagt, Ausharren bewirkt Bewährung. Bewährung bedeutet, dass du einen Lebensstil hast, der solide ist und der bewirkt Hoffnung. Und dann die Frucht davon ist, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Paulus hat aus dieser Realität gelebt, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in sein Herz und das seine Versorgung ist. Das ist das, was Gott eigentlich für dich möchte. Dass seine Liebe, seine Nähe deine Versorgung ist, auch wenn alles wankt und alles wackelt. Gut, dann natürlich auch ganz berühmte Stelle, wo Paulus sagt, ich bin gewiss, ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Ihr Lieben, das sind so Bibelferse, mit denen kannst du leben und sterben. Und wir brauchen ein Glauben, mit dem du leben und sterben kannst, denn das Leben ist hart, es gibt viel Leiden, es gibt viele Sachen, die wir nicht verstehen. Oder auch, wo Paulus sagt, wir wissen, dass bei denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das Unfassbare ist, hier steht, alle Dinge, alle Dinge mitwirken zum Guten. Ich weiß nicht, durch welche Dinge alle du schon gehen musstest, aber in diesem Wort alle ist ganz schön viel drin. Definitiv auch die Krise, durch die du jetzt gerade gehst. Ich komme zum Schluss. Ich habe zwei Punkte. Das erste ist, wie sieht erste Hilfe aus? Was kannst du jetzt tun, wenn du akut durch eine Krise gehst und welche gesunden Lebensmuster musst du dir vielleicht noch ins Leben holen, um in der nächsten Krise stabiler sein zu können? Zum einen erste Hilfe, wenn es dir gerade richtig schlecht geht, sei gnädig mit dir. Manchmal verurteilen wir uns selbst, denken, was stelle ich mich denn so an? Und das haben doch andere auch schon. Und als guter, gläubiger Mensch müsste ich doch da mit wehenden Fahnen durchgehen. Manchmal musst du gnädig mit dir sein. Wenn eine wirkliche Krise oder eine Schocknachricht kommt, musst du Tempo rausnehmen. Man sagt ja, dass es drei Phasen gibt, wie man mit einer schwierigen Nachricht umgeht. Das erste ist Verleugnen. Das kann gar nicht sein. Das zweite ist Depression. Oh Gott, das ist alles entsetzlich, ich werde sterben. Und das dritte ist, entweder daran zerbrechen oder Verantwortung übernehmen. Und für all das brauchst du Zeit. Situation benennen. Wenn du durch was ganz Schlimmes gehst, musst du, also hilft es nichts zu verleugnen, hilft es nichts zu tun, als wäre alles toll, sondern du darfst wie auch zu dir selber sagen, wow, du hast gerade echt eine wichtige Beziehung verloren. Das ist gerade richtig schlimm. Das ist gerade richtig schlimm. Ich gehe gerade durch eine existenziell schreckliche Zeit und ich benenne das auch. Ich bleibe aber nicht da stehen, mich zu beklagen, sondern ich übernehme Verantwortung. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das sagt, in der Dunkelheit, hör auf, dich über die Dunkelheit zu beklagen und zünde stattdessen eine Kerze an. Das ist Verantwortungsübernahme. Es gibt viele Dinge, für die hast du keine Verantwortung, die kannst du nicht beeinflussen, aber du hast Verantwortung für deine Reaktion drauf. Dann hat man, das ist auch, was Viktor Frankl deutlich rausgefunden hat, rausgefunden bei Kriegsgefangenen und im KZ, Leute, die sich geweigert haben, Verantwortung zu übernehmen, die gesagt haben, ich lasse mich jetzt einfach gehen, mir geht es so schlecht, die waren innerhalb weniger Tage tot. Im KZ. Das, was Menschen am Leben erhält, in einer Krise, ist, dass du nicht nur wie Kaninchen vor der Schlange sagst, das geht nie vorbei, sondern dass du sagst, inmitten dieser entsetzlichen Situation übernehme ich Verantwortung für meine Reaktion. Es gibt Leute, die waren jahrelang in Geiselhaft in einer dunklen Zelle angebunden und haben sich überlegt, okay, was kann ich jetzt tun? Und haben sich Schachprobleme gestellt im Kopf. Oder haben sich in gewisse Träume hineinbegeben, gesagt, ich plane jetzt genau, was ich tun werde, wenn ich rauskomme. Richard Wurmbrand war Meter tief unter der Erde in einem Gefängnis als Pastor in Rumänien und er hat jeden Tag eine Predigt gehalten. Er hat gesagt, er gibt sich diese innere Struktur, er übernimmt Verantwortung für die Situation, in der er jetzt ist. Und es macht definitiv einen Unterschied. Du kannst dir auch manchmal vorstellen, wie dein späteres Ich blickt zurück auf dich. Dein zehn Jahre älteres Ich sagt, ich bin da schon durchgegangen und du kannst es auch schaffen und dann übernimmst du Verantwortung. Okay, ich kann es auch schaffen. So ist Verantwortungsübernahme. Was erste Hilfe ganz vielen Menschen hilft, sind Rituale. Auch das haben Gefangene in Einzelhaft oder im Dunkeln gelernt, allein zu sagen, wenn die zwei Kekse pro Tag zum Essen bekommen, wenn die sich eingeteilt haben, wann esse ich die? Ich esse die immer zu einem gleichbleibenden Zeitpunkt. Das stabilisiert die Seele in einer Extremsituation. anderen helfen. Auch jetzt in der akuten Krise, in der du bist oder in der wir sind, allein die Frage zu stellen, wem geht es noch schlechter? Für wen kann ich was tun? Holt dich raus aus dieser Kaninchen-vor-der-Schlange-Mentalität. Du bist alles furchtbar. Ja, es ist furchtbar, aber ich übernehme Verantwortung und ich helfe trotzdem noch anderen. und schließlich an Gott abgeben, was du nicht kontrollieren kannst. Das kannst du sogar in Ratgebern lesen, die gar nicht besonders religiös sind. An Gott abgeben, was du nicht kontrollieren kannst. Das ist Torheit, sich Sorgen zu machen über Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. An Gott abgeben, erleichtert ungemein. Und es ist tatsächlich ein Glaubensakt. Jemand hat mal gesagt, das Leben ist wie ein Fluss und du musst lernen, in dem zu schwimmen. Und da gibt es mal schöne, gemächliche Etappen und dann gibt es wirklich Stromschnellen und auch wie Viktor Frankl so schön sagt, das Leben stellt uns Fragen. Das Leben stellt uns Aufgaben und die Frage ist, wie antworten wir drauf? Und eine sehr, sehr, sehr gesunde Antwort kann sein, das an Gott abzugeben, was wir nicht kontrollieren können. Und ein allerletztes, was hält Menschen überhaupt langfristig gesund, dass sie Krisen gut überleben können? Ich habe gesagt, dass eine Krise zeigt, was wirklich da ist und ich bin fest davon überzeugt, dass Krisen für viele Menschen der absolute Segen ist oder sind, weil sie erkennen, wow, ich lebe ja die ganze Zeit in einem Film, der komplett ungesund ist. Das Gleiche trifft auf unsere Gesellschaft zu. Wir leben auf komplett ungesunde Weise und Krisen zeigen das. Und das Erste, ein gesundes Muster ist, du musst für deine Seele sorgen, wie für einen Muskel, den du trainierst. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Du musst Verantwortung übernehmen, auch für dein geistliches Leben. Viele Dinge im geistlichen Leben sind wie, du gehst freiwillig ins Dunkel, bevor es Dunkel kommt. Du lernst zum Beispiel zu schweigen, du lernst Gott in der Tiefe zu suchen und es auszuhalten, wenn keine Ablenkungen sind. Das ist was, wo du deine Seele stärkst für Zeiten, wo wirklich im Außen alles schwierig ist. Das ist wie, wenn deine Wirbelsäulemuskulatur total unterentwickelt ist, kannst du durch einen leichten Stoß oder durch eine falsche Bewegung gleich dir sehr wegtun und Bandscheibenvorfall haben. Dagegen, wenn du ein gesundes Muskelsystem hast, bist du widerstandsfähiger gegen solche Sachen. Das Gleiche trifft auf deine Seele zu. Es gibt das Sprichwort, Not lehrt beten und die Wahrheit ist, Gebet ändert alles. Auch hier wieder. Du musst nicht mal ein gläubiger Mensch sein dafür. Es gibt sogar Psychologen, die sagen, auch wenn Beten vielleicht nichts bringt, objektiv, allein indem meine eigene Not zum Gebet wird, das ist für die Psyche wahnsinnig wichtig, aber es ist viel mehr als das. Ich kann so unendlich viel Zeugnis davon geben, Gebet ist viel mehr als nur ein frommer Wunsch. Gebet ist eine Deklaration, eine Erklärung in der geistlichen Welt und ein Gebet, das sich an Gott richtet, das mit ihm übereinstimmt, es erzeugt eine Resonanz und ein Echo in der geistlichen Welt. Wir lesen das einmal im Buch Daniel. Da betet und fastet er Daniel und im Bereich der Engel, die reagieren drauf und er sieht dann in der Vision, wie sich global über den Ländern was verändert, weil er gefastet und gebetet hat. Leute, wir haben gar keine Ahnung, wie machtvoll Gebet ist. Gebet ändert alles und ich kann es dir nur sagen, wenn du einen Durchbruch möchtest, im Bereich Ängste, im Bereich, was geht alles in deinem Kopf ab und du hast keine Perspektive mehr, es reicht nicht, sich einfach nur vorzunehmen, manchmal musst du einfach deklarieren, du musst der Angst gebieten. Es gibt im Gebet nicht nur, lieber Gott, bitte mach, sondern dein Reich komme, dein Wille geschehe, ist auch ein Hervorrufen. Das ist wie, ich setze das jetzt. Ab jetzt gilt, hier ist Gottes Wille, hier passiert Gottes Reich in diesem Ort und manchmal brauchen wir Gebet füreinander und manchmal müssen wir selber beten und ich bin absolut der Meinung, ich bin absolut der Meinung, dass Notbeten lehrt und dass wir gerade in der westlichen Welt nicht mehr beten können, unter anderem deswegen, weil wir es uns bequem und fett eingerichtet haben in Sicherheit, in Konsum, in Kontrolle und all das ist eine Illusion. Es ist eine Illusion, wir sind keine Götter, wir sind nicht, wir haben nicht alles in der Hand und im Gebet zeigst du her, ich habe nicht alles in der Hand. Du öffnest deine Hände, deswegen ist es einer der wichtigsten menschlichen Gesten. Ein gesundes Muster ist zu leben im Hier und Jetzt. Es klingt wie so ein Spruch aus der Ratgeberliteratur, aber es ist tatsächlich so, deine Ängste werden immer versuchen, dich in die Zukunft oder in die Vergangenheit zu ziehen. Hättest du damals was anderes gemacht, dann wäre es jetzt nicht so und in zwei Monaten wird die Welt untergehen. Leute, wir wissen nicht, was in zwei Monaten ist. Es gibt große Probleme mit den Zukunftsszenarien, in der Regel sind sie entweder zu positiv oder zu negativ. Und wenn du auf dein eigenes Leben blickst, die ganz negativen Szenarien treffen fast nie ein und die ganz positiven treffen auch fast nie ein. Also du heiratest und denkst, ab jetzt wird alles wunderbar. Manches wird wunderbar, manches nicht. Du denkst, ich komme in die neue Stadt, es wird furchtbar, ich werde niemanden kennen, es wird schrecklich. Nein, es wird nicht furchtbar. Es wird mittelfurchtbar. Und auch in der jetzigen Krise, die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen, nur dass es dir jetzt unfassbar wenig hilft, darüber nachzudenken, und da gibt es eine Sache, die uns wahnsinnig wenig hilft in dem Bereich und das sind Medien. Lass mich das mit einem sehr deutlichen Wort sagen. Du musst und ich muss meinen, wir müssen unseren Konsum von Medien limitieren, wenn wir nicht getrieben sein wollen von Angst und Panik. Du kannst schon wahrnehmen, was da ist, aber wovon du dich innerlich ernährst, muss von einer höheren Quelle sein. Sonst kommst du nicht raus. Das ist unfassbar. Gerade jetzt diese Tage, was in den Medien abgeht, von Furcht und Panik, es ist einfach krank. Weil die Wahrheit ist, keiner weiß es genau. Keiner weiß genau, wie es jetzt kommt. Dauert es ganz lang, dauert es ganz kurz, aber es bringt auch nichts. Das ist wie, wenn du jetzt zurückschaust auf große Menschheitskrisen wie im Zweiten Weltkrieg. Letztendlich weiß man es nicht. Man weiß es nicht, aber das Einzige, was du tun kannst, ist im Hier und Jetzt Leben mit Gottes Frieden, der das Verstehen übersteigt und dich von seiner Perspektive, von seinem Wort her nährst und nicht nur von den Medien. Ein gesundes Muster ist grundsätzlich Dankbarkeit und auch eine Dankbarkeitsübung. Ich ermutige dich, es ist so lustig, momentan ist Frühling, wir schauen auf die Sorgen und die Krisen, sind wir auch dankbar, dass die Bäume gerade blühen? Das Einzige, was jetzt wirklich real ist, ist der heutige Tag und wenn du im Hier und Jetzt Frieden haben kannst mit Gott, was soll dir Angst machen vor dem Morgen? Der morgige Tag hat genug eigene Plage, sagt Jesus. Und heute ist das da, was du brauchst. Und schließlich ein Letztes, wir brauchen dringend Fokus auf der Ewigkeit. Wir sind so materialistisch im Westen, wir bauen auf unseren Komfort, wir denken, wenn Gott wirklich gut wäre, dann würde er verhindern, dass ich mein schönes, warmes Haus verliere oder dass ich meine Freiheit verliere, dass ich keine Kontrolle mehr habe. Und in echt hat Gott ein unerschütterliches Reich für uns, das bedeutend größer ist und er hat mehr Interesse daran, als daran, dass dir hier alles in meinen Kram passt. Ihr Lieben, wir brauchen Fokus auf die Ewigkeit. Jesus ist auferstanden, um uns eine lebendige Hoffnung zu geben und deswegen brauchen wir keine Angst vor dem Tod zu haben. Ich habe meinen Großvater, der im Krieg war, an unterschiedlichen Fronten und wirklich ein gottesfürchtiger Mann war. Ich habe ihn gefragt, was ihn am Leben gehalten hat und er hat gesagt, ich hatte einfach mit meinem Leben abgeschlossen. Und das ist ein bisschen so ein Soldatenspruch, aber es ist letztendlich genau das, was ein Jünger Jesus tut. Er hat mit seinem Leben abgeschlossen. Wovor hast du wirklich Angst, wenn du an einen Erlöser glaubst, den das Grab nicht halten konnte? Du bist berufen zu einer lebendigen Hoffnung, die über den Tod hinausgeht und nur das ist ein Anker, weil du wirst sowieso sterben und wir wissen nicht wann und wir wissen nicht wie. Wir brauchen einen Fokus auf der Ewigkeit. Im Psalm heißt es so schön, unsere Tage zu zählen, unsere Tage zu zählen, lehre uns, dann gewinnen wir ein weißes Herz. Ist das nicht schön? Unsere Tage zu zählen, lehre uns, dann gewinnen wir ein weißes Herz. Hier wird gesagt, ein weißes Herz bekommst du, wenn du im Bewusstsein lebst, dass du endlich bist, dass du sterben wirst, dass deine Tage begrenzt sind. Das ist was Weisheit ist im biblischen Sinne. Unsere Tage zu zählen, lehre uns, dann gewinnen wir ein weißes Herz. Was ist deine Berufung in dieser Zeit? Warum hat Gott zugelassen, dass Josef durch die Krise kam? Nicht nur, dass es Josef nachher besser ging, sondern um viele Menschen am Leben zu erhalten. Durch was auch immer du siegreich gehst, kannst du andere Menschen hindurchführen. Und ich glaube, dass das eine Zeit ist, wenn du durch eine Krise gehst und auch die aktuelle Situation, in der wir sind, ich glaube, dass das eine Zeit ist, wo wir aufstehen müssen. In allen Krisen der Menschheit waren es Männer und Frauen Gottes, die gesagt haben, Herr, ich lebe aus einer größeren Realität, wie kann ich helfen? Ich habe zum Beispiel dieses Bild gefunden von einem der großen Pestwellen in Europa, wo sie die Leute zum Sterben rausbringen. Es gab ja Gegenden, wo 60 Prozent oder 70 Prozent der Bevölkerung an Pest gestorben ist. Und rechts sieht man die Mönche, wie sie aus der Heiligen Schrift vorlesen und beten und den Kranken Trost spenden. Das heißt nicht, dass es immer das Weiseste ist, in Zeiten von virologischen Erkenntnissen alle Distanz fallen zu lassen. Das meine ich nicht. Sondern das meine ich, dass die dunkelsten Zeiten diejenigen sind, wo das Volk Gottes aufstehen soll und sagen muss, für genau so eine Zeit wie diese bin ich ins Königreich gekommen und nicht sagen, oje, oje, warum sind da böse Kräfte so stark und warum ist alles so schlimm? Sondern die Jünger kommen mal zu Jesus und sagen, warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Und Jesus sagt, diese Art kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Ihr Lieben, jede Krise, besonders eine Krise, die größere Kreise zieht, ist ein Weckruf an uns uns nicht einlullen zu lassen in den oberflächlichen Unsinn unserer Zeit, sondern uns in Gott zu gründen, der uns ein unerschütterliches Reich verheißen hat und dieses Reich auf andere auszubreiten. Das beginnt aber bei uns selbst, bei unserem Herzen. Und Fasten und Gebet sind Dinge, die uns mit diesen tieferen Ebenen konfrontieren. Wenn du mal ein paar Tage nichts isst, wirst du merken, wie unruhig du wirst. Wenn du mal versuchst, eine Stunde still zu sein und Gott zu suchen, wirst du merken, vielleicht wie wenig du in dieser höheren Dimension lebst und wie wenig du in dieser tieferen Dimension verankert bist. Aber genau das ist deine Kraft, wenn du bei Gott nahe bleibst. Da geht es nicht nur um Theologie, nicht nur um Kopfwissen, sondern bleiben in Gott und er in dir. Dann hast du eine Antwort für die Herausforderungen dieser Welt. Und ich glaube, dass Gott oft mehr das im Sinn hat, dass er sagt, du, ich möchte gerne, dass du Licht der Welt, Salz der Erde bist. Auch jetzt in der Situation, die wir gerade haben. Lass uns Hoffnung verbreiten. Lass uns für Menschen beten. Lass uns Menschen von der Hoffnung erzählen, die uns erfüllen. Lass uns Verantwortung übernehmen für unser eigenes geistliches Leben. Es gibt keine besseren Zeiten für jünger Jesu als dunkle Zeiten, denn dahin sind sie gerufen. Ja, ich weiß, es wäre schöner, wenn alles cool wäre. Cool wird es im Himmel. Entspannt wird es im Himmel. Jetzt ist eine Zeit, aufzustehen, Licht und Salz zu sein. Hey, du hast es bis zum Ende dieses Videos geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich bin dir dankbar, wenn du das Video likest und uns gerne auch abonnierst. Gerne auch auf Pinterest, Twitter, Facebook, Instagram. Mir folgst, sagt der Johannes Hardl. Dann können wir im Kontakt bleiben. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.